Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Ich finde die Rüstung immer noch grausam. Na gut, was soll man machen? Okay, was wollen wir machen? Ich hätte gerne noch gewisses Formen unserer Holzkohle. Guck mal, wir haben schon 14 Milliarden. Das sind echt Milliarden, oder? 1000 Millionen, ja doch. Nicht übel. Na gut. Moment, wir müssen erst mal ins Terminal hier. Und zwar haben wir dann zufälligerweise noch Enderkisten. Nein, 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 Enderchest hier. Wolle. Wie wäre es denn mit... Eigentlich nicht. Lieber braun. Ähm, braun. So. Ähm, braune Farbe hier. So. Wunderbar. So. Ähm, gib mir mal eben zwei Kisten. Wobei, ähm... hier weiße Wolle. Horn gefärbt, glaube ich, besser wäre. So. Ah, jetzt habe ich... Die brauche ich doch noch. Also. Da haben wir nichts drin, das ist gut. Na ja, ich habe einen Schleim gekillt, genau. Ich habe meine Basis hier rumgemacht. So. Du auch. Perfekt. So. Oh Gott. Das ist ewig. Ähm, du auch. Perfekt. Oh Gott. Das ist ewig. Oh Gott. Ich habe ein bisschen was zu tun, obwohl ich könnte eigentlich auch ein bisschen Mana verbrauchen. Ähm. Mana? Und zwar Do, Do und Do. so zack zack ein bisschen äh terroristier genau so ein bisschen mana verbraucht ist etwas frisst nämlich unmengen mana ich hatte schon ein bisschen gemacht gehabt die frage brauchen wir auch zu viel warum eigentlich nicht durchziehen hier ich weiß nicht ganz zeit machen das mache ich meistens auf kamera dann haben wir gerade so einen schwung verbraucht haben da ist die wenigstens wieder leer außer der hier aufer der hier noch mal damit ja ich habe noch keine ahnung kann ich das auch wenn ich hier so ein ding dran setze jawohl reicht sehr schön denn ich will das auch mal ausschalten können das sollte natürlich nicht sein so vielleicht ahnte ein oder andere schon was ich machen möchte 1 2 3 4 ich möchte das da ein bisschen umgestalten im grunde kann man das so machen ja ich will es ein bisschen eleganter glaube ich lösen was eleganter ist wenn in der kiste zu arbeiten ich habe einen blaze spawner ich habe einen blaze spawner um safari hühnchen endermann okay weg 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 so das heißt wohl ja ja was heißt denn das müsste ich kurz in den der blaze fangen gott wir sind ziemlich lange ausgekommen ohne das stimmt also manche hier zum buch ich bin lange ausgekommen ohne was machst du hier auch draconium ähm 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 äh äh könntest du mal laden ja danke genau so ähm irgendwo irgendwo hier muss doch ein spawner sein das war das war ich habe das war okay ich dachte es bewegt sich nicht was ist das Die Base muss ich. So. Das ist Nacht, das ist auch noch. Na gut. Gutes Nickerchen. Ich bin ständig jetzt mal überlegen, was machen wir noch Schönes. Also wir haben eigentlich noch viele Möglichkeiten zu tun. Es ist nur die Frage, wollt ihr das überhaupt sehen? Also wir könnten noch ein bisschen Gendustry machen. Quasi ein bisschen mit den Bienchen. Wie ihr das sehen wollt, weiß ich nicht. Inzwischen hat man schon etliche Male gesehen. Und ich weiß es nicht genau. Das ist ja die Frage. Wollt ihr das dann noch sehen oder nicht? Und was könnte man noch machen? Mit Technik Evolution mache ich auf jeden Fall noch weiter. Das denke ich mal schon. So. Blaze. Ja, wunderbar funktioniert. Ich bin gerade echt überlegen. Ich weiß nicht, was wir noch zusammen machen könnten. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr denn noch sehen möchtet. Ähm. Es hat ja in irgendeiner Weise nur einer geäußert. Von wegen, ja, mach weiter. Klar, freut mich natürlich tierisch. Aber es gibt gerne ein bisschen mehr Resonanz von euch, was ich machen soll. Was ihr gerne sehen wollen würdet. Und das hilft mir ungemein weiter. Und ihr seid auch besser unterhalten dadurch. So, okay. Ähm. Was mache ich jetzt? Das könnte ich eigentlich auch hier hinsetzen. Äh. Irgendwo hier einfach ein Exportbus drangehockt und Holzkohle exportiert. Ähm. Im Grunde. Ähm. Moment. Das da ist ein Stromkabel. Hier, das ist ein Densekabel. Nehm ich ein normales ab. Da mache ich ein Channel. Zwei Channel, drei Channel, vier. Fünf, sechs. Hier könnte noch ein Channel hinpassen. Ähm. Ähm. Ein Export. Auf den Karten. Export. Okay. 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 natürlich kann das hier nicht auto kraft die welt dafür na gut ich muss sowieso mal hier ich brauche mal ein Charged bitte das habe ich schon gemacht oder was habe ich das schon hier eingesetzt jawohl ein Charged das nehme ich hier wie angekündigt auf kamera noch reingequetscht beziehungsweise muss das ding von unten powern also muss ich die Leitung hier drum herum legen aber naja gut was soll's ich hätte auch unten drunter legen können das ist eigentlich auch eine option gewesen das besser verstecken können mal gucken kann man ja immer noch machen gut schau mal das könnten wir jetzt noch also erst mal erst mal besser könntest du hier davon einfach mal so 100 stück kraften dass man mal einfach auf lage hat und davon jetzt auch mal auf sich 100 machen damit es einfach mal auf lage ist ganz einfach so funktionierst du jetzt eigentlich auch scheint so zu funktionieren schön man ist unterschiedlich lange ok ups dann fühle ich am besten hier rein so ich muss eigentlich auch gerne sein oder nein wohl noch nicht na gut erst einmal das hier kraften ok cpu 1 ist damit beschäftigt egal ob ich auch beides ab das macht ja trotzdem noch weiter ja macht ja trotzdem weiter von daher ist das nicht so large da ja ja